Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2021 zeige ich Ihnen aus unserer Reihe erste Schritte mit der neuen Werkzeugverwaltung das Hinzufügen und Verwenden mehrerer Schneidenlagen. Mit der neuen Werkzeugverwaltung von SolidCAM können Sie auf einfache Weise einen oder mehrere Schneidpunkte an einem Werkzeug hinzufügen und verwalten. Schauen wir uns das an einem einfachen Beispiel an. Wir haben hier eine T-Nuten-Operation und wenn ich in dieser Operation direkt das Werkzeug wähle, öffnet sich die neue Werkzeugverwaltung. Standardmäßig hat jedes Werkzeug einen Schneidpunkt, der hier mit Schneidenlage beschrieben wird. Wenn wir im Werkzeugmanager auf Schneidenlage klicken, werden seine Offset Daten angezeigt. Hier können wir die Ursprungsposition des ausgewählten Schneidpunkts ändern, wenn sie von den vorgegebenen Standardwerten abweicht. Wir können auch die Werkzeugkorrekturparameter ändern, die zur Identifizierung der Standardposition des Werkzeugs in der Werkzeug-Offset-Tabelle der CNC-Maschine verwendet wird. Wir haben hier auch die Option Werkzeugvoreinstellung Vermessung, wenn ihre CNC-Maschine die Werkzeugvoreinstellung unterstützt und die entsprechenden Parameter als solche in der V-Mit-Datei des Postprozessors definiert sind. Nehmen wir zum Beispiel an, wir wollen sowohl die obere als auch die untere Schneidfläche des T-Nutenfräsers verwenden. Wir können das tun, indem wir eine weitere Schneidenlage hinzufügen und definieren. Wenn Sie mit der rechten Maustaste die Schneidenlage hier einmal anklicken, öffnet sich ein Fenster und mit Schneidenpunkt hinzufügen wird eine weitere Schneidlage hinzugefügt. Wir sehen, automatisch wird der nächste verfügbare Werkzeugkorrekturindex der zusätzlichen Schneidenlage zugewiesen und das Werkzeug kann durch diesen in der Werkzeugtabelle identifiziert und als solcher ausgewählt werden. Nun werde ich die beiden Schneidenlagen definieren. Zunächst einmal werde ich das Ganze unbenennen. Die erste standardmäßig hinzugefügte Schneidenlage benenne ich um in Schneidenlage unten und die von mir hinzugefügte benenne ich um in Schneidenlage oben. Nun werde ich den Wert der H-Länge für die Schneidenlage oben verändern. Diesen Wert können Sie sehr einfach aus der Topologieliste der Schneidlänge entnehmen oder aber Sie nutzen die Werkzeugvorschau und können mit der Funktion messen das Ganze auch direkt am Werkzeug hier nachmessen. Ich trage diesen Wert nun hier als H3 einmal ein. In der Werkzeugvorschau können wir uns das Ganze auch bildlich sehr gut einmal anschauen. Schneidenlage unten, Sie sehen, der Schneidenpunkt liegt unten und Schneidenlage oben, der Schneidpunkt liegt oben am Werkzeug. Schauen wir uns nun die Bearbeitung der Werkzeugwege mit diesen beiden Schneidenlagen mal etwas genauer an. Zunächst einmal nutze ich in der ersten Bearbeitung die Schneidenlage unten und kann hier oben auswählen, für Job möchte ich Schneidenlage A nutzen. Speicher berechnet das Ganze und wir sehen in der Vorschau die Werkzeugwege mit der Schneidenlage unten. Erstelle mir mit Speichern und Kopieren eine Kopie unserer Bearbeitung. Und in der Kopie wähle ich nun als zweite Lage die Schneidenlage oben. Speicher berechnet das Ganze wieder und wir sehen die Werkzeugwege für die andere Schneidenlage. Und wir sehen, dass SolidCAM den Werkzeugweg entsprechend angepasst hat. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.